Ich habe Hunger in meinen Haaren, meine Haare sehen aus. Ach, hey! Nächster vielleicht erst die Haare machen, dann die Kamera einschalten. Ey, Leute, ich habe heute geschrieben und meine Hände, die, ähm, haben keinen Bauch mehr. Autsch, es tut weh, muss ich die Finger schon mit der anderen Hand aufklappen, weil ich schon getippt bin. Kränze wie bei Gicht, zittern wie bei Parkinson, ey, ich fühle mich alt, alt aufgebraucht. Und Fixen-Foxi, ey, meine Finger, Mann tut das weh, das ist nicht mehr normal. Abmachen, Öl, Neutrannähen, die Gelenke ein bisschen. Oh, Junge, Junge, tut das weh, tut das weh. Ich kann nicht mehr. Und dabei hätte ich so gerne noch so viel geschrieben. Ich weiß, ich gucke nicht in die Kamera, ich finde die nämlich nicht. Ich gucke ständig dran vorbei, sie ist ein bisschen bescheuert auch. Aber wenn die ist so klein, dann muss ich echt so machen, damit ich da auch richtig reinguck, aber ich glaube, bei solchen Nasenlöchern sollte man da nicht so nah hingehen. Ey, ich mag schreiben, ich schreibe echt gern, ich schreibe auch verdammt gern einfach mal dran los, ohne mir große Gedanken zu machen. Einfach so, um ein bisschen abzutauchen, abzuschalten. Aber, oh, meine Finger, ey, kriege ich ein paar neue, hat da doch jemand ein Zehnerpäckchen frei, ey. Ich hab, ich hab da ein bisschen Probleme mit, können sie mir mal neue machen. Alter, wenn jetzt die kluge Sprüche kommen, wie schreibt doch mit den Zehen, weiter, steckt zu euch, Leute. Alter Schwede, meine Pfoten. Ich versuche jetzt mal das Video hochzuladen. Und dann schreibe ich heute nichts mehr. Kein Wort, kein Buchstabe, keine Ziffer. Ja, heute ist, heute, mit heute habe ich abgeschlossen. Ich mach hier mal aus, ne? Ach, komm. Kann sich nur noch ein Minut machen? Ich tasche nicht. Okay. Tschüss. Ich versuche jetzt mal, der auf die Zitter rein ...